Heiligsblechli, ich bin so ein Dusselnäsje, ein Dusselnäsje. Es ist so simpel, so simpel. Es ist schon wieder zu lang her, mein Online-Alzheimer hat mich davor bewahrt, mich daran zu erinnern, dass man da durch, da tatsächlich kann man ja da durchlaufen. Ach, meine Fresse, meine Fresse. Meine Fresse. So. Oh, cool. Äh, wie soll ich das tun? Äh, wie, was? Okay. Schätze, du bist nicht der Streck aus. Zeig mal. Äh, 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 äh. Heftig, heftig. Kann ich ja irgendwas noch machen hier irgendwo? Rein aus Neugierde? Ja. Cool. Es ist so leicht und doch so schwer, das Hirn zu benutzen. Ich mach ja gern Rätsel, ne? Aber Himmel, ich bin ja sooooooooh. Sooooooooh. Äh, ja. Welches Wort fällt mir jetzt dazu? Spontan ein, außer unfähig. Also, es ist wirklich erschreckend. Wow. Wie, wie unglaublich verloren ich eigentlich wäre, gäbe es nicht YouTube. Wolle die Waldfee. Oh, 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 oh. Was geht? Was geht? Ach, du meine Güte. 2 in 1. Das ist schick. Das ist richtig schick, wenn die aus Versehen sozusagen sich gegenseitig blockieren. Oh, 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 oh. Oh, ne Tür. Da ist die Tür. Ne, geht nicht. So. Geil. Ja, so richtig Action hier. Cool, cool, cool. Ich wollte eigentlich hier, der hier. So, da haben wir die Fackel, die schöne Fackel. Und dann gehen wir da rein. Und dann gehen wir in das andere Set. Oh, die Ferdorflamme. Es ist so brillant gemacht, wenn man es weiß. Also wenn man da selber drauf kommt, ganz ehrlich. Da fühlt man sich richtig cool. Ich werde auch nie im Leben drauf kommen. Mein Hirn ist einfach nicht dafür gemacht, sich Zeug so lange zu merken. So. So, wie ist es? Wie kriege ich jetzt das, ohne dass das ausgeht? Ja. Wenn ich da dran sauge. Ah, Tatsache. Gut. Es ist so cool, diese vielen verschiedenen Schritte, die so brillant verbunden sind. Und ich bin nicht drauf gekommen. Weil der Fernseher in der Lobby stand. Weil das schon so lange her ist. Tja. Wenn sie jetzt angreifen würde. Wenn du überhaupt nicht dran denkst. Weil es... Ups. Uh. Ne. Ich... Ich habe auf B gedrückt. Weil jetzt die Fackel plötzlich da ist. Und du denkst da nicht dran. Und... Dann auf einmal. Das wäre schon gemein. Uh. Hola. Jetzt habe ich die Fackel da hinten. Ah ja. Okay. So. Ha. 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 Er brüllt einen mit dem Teil an. Hä? Hi. Moment mal. Du da. Nicht weggehen. Oh. Wir werden entdeckt. Vielleicht verzieht sich die Miene. Wenn das das Empire State Building nachgebaut sein soll, ein bisschen modern, dann kommt da gleich ein Stück King Kong. Ach ne, den haben wir ja geköpft. Und wir haben auch gar keine Angst. Nein. Wir sind total cool. Uns geht nur der Hintern auf Grundeis. Ah, juckt den gar nicht. Schön. Geh mal, mal gucken hier. Ne, geht gar nicht. Ja, von der Größe her sind wir King Kong, oder wie, hä? Action. Hä? Godzilla mit Hörnern? Nein. Wilma. Oh, wie cool. Oh, wie süß. Das ist ja scheiße geil. Erstmal alles platt machen. Ja, platt machen. Ja, 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 ja. Dusch, 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 dusch. Wow. Oh. Holla, liebe Waldfee. Ah, geil, der macht ja alles platt. Kann man das irgendwie einsaugen, das Teil? Nö. Okay. Oh! Er hat mich da hauen. Aber gar nicht nett. Nee, auch nicht. Ja, mach hier mal alles nieder. Ah, okay. Ich soll pusten. Das sieht ja schon geil aus, ne? Das sieht ja schon geil aus. Kabutz! Ah! Ah, ab ins Wasser. Macht er nicht. Das sieht ja schon geil aus. Ich bin doch stinksauer. Oh, wie er sich kaputt lacht. Oh, gleich mehrere. Ey, ich brauch so einen blauen. Oder grün, ist oh egal. Oder grün, ist oh egal. Geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Boah. Er hat sich strak lacht. Das ist so geil. 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 Wahre Kunst. Das ist so geil. Das ist so geil. Gott will ein Meisterwerk. Oskar! Oskar! Das gibt ein Wilhelm. Ein Wil... Äh, Oskar. Das ist ja ein schräger Geist. Was passiert, bis er rafft, dass das jetzt keine sehr clevere Lösung für ihn war? Ich mein, ich find's cool, aber... Ich glaub seine Chefin, die Hotelbesitzerin, ist nicht so sonderlich begeistert, dass der da... mich einfach so gewähren lässt. Wie ist das? Gibt's hier noch irgendwas zum Abgrasen? Ne, ne, schade. Aber cool. Hat mir echt gut gefallen. Aber verdächtig wenig Kristalle gefunden. Die sind bestimmt alle super clever versteckt. Also, was heißt clever? Okay. So, bist du jetzt fertig, oder? Überbelichtet. Stinksauer. Wie jetzt? Was? Uh. Vielen Dank. Seine ganzen Auszeichnungen zerdeppert. Auch nicht nett. Das ist der Neid. Der pure Neid. Ja, kommst du her? Noch eine. Der letzte. Komm, komm, komm. Jawohl. Schick. Komm, was Monster sehen auf dem Bildschirm. Ja, komm. Ja, komm. Gut, das war's dann, denke ich. Oder? Kann ich da noch irgendwas anklicken? Gut, das war's dann. Gut, das war's. Ich bin ja jemand, ich, ich meine, das sieht man ja beim vielen Saugen in allen Ecken, bis alles blitzelang ist, ich bin ja jemand, der versucht wirklich alles hundertprozentig zu erledigen, aber, ganz ehrlich, jetzt extra nach irgendwelchen Kristallen zu suchen... Die ist ja cool! Naja, wie ist die Geize? Ok, wie komme ich jetzt an das Vieh ran? Hier ist ein Schlingel! So ein Schlingel! Wo ist die jetzt hin? Ist die da... Ja, die ist da lang! Böse, böse Grenzekatze! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oh, so wie es hier aussieht... Böse hier... Huh? Ja? Ja? Da sieht man jetzt irgendwo, wo die durchgeflitscht ist. Ne, ne? Wo ist die Gränsekatze? Wo ist er hin? Wo ist er? Wo ist er hin? Ah, da ist er rein. Ha 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 ha. Äh, okay. Hm. Hm. Oh. Oh. Oh! Oh, ja! Oh, ja! So, mitze, wo bist du? Mitze, kata, dwustape! Mitze, kata, dwustape! Oh, ja! En schnookertje. Oh, ja! Oh-oh, hui! Ay karamba. Ach, du meine Güte. Das- Aber hat die gefaucht und hat sich dabei verschämt jetzt das Maul zugehalten? Was zum... Okay. Ich kann aber irgendwo die Treppen hier hochgehen. Warte, 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 warte. Jaja, das ist ähm... Wie komme ich da jetzt hinein? Gar nicht, oder wie? Hä? Ja, ist gut. Ist... ähm... Ich hab's verstanden. Geh weg. Was zum... Ich... Ich... Okay. Ich... Ich...! 아니... Ab, wie? Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn genau der richtige Moment? Achso, also... Wie soll das gehen? Der kommt nur, wenn ich ihm den Rücken zukehre. Das habe ich jetzt schon gerafft. Was ist denn genau der richtige Moment? Ich weiß nicht, für diese Ebene, das Filmstudio, bin ich definitiv zu dusselig. Das ist irgendwie nicht mein Fall. Was ist denn genau der richtige Moment? Was ist denn genau der richtige Moment? Das nervt mich jetzt irgendwie. Aber doch ehrlich gesagt, das ist so schammes... Das wird hier auch nicht besser, ne? Das wird hier auch nicht... Das wird hier auch nicht besser... Das wird hier auch nicht besser. Also... Vielen Dank. Okay. Das ist vielleicht ein Mist hier. Das ist ein Scheiß. Das ist vielleicht ein Mist hier. 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 ich will es nicht wissen, ich will es nicht wissen, egal. Okay. Das hat jetzt aber auch wirklich lange gedauert, weil ich zu viel Schiss hatte. Zu viel Mockes. Zu viel Mors. Ja, das war jetzt voll clever. Wie, untere Etage? Ey, das haben wir aber nicht ausgemacht. Warte mal, da oben ist ja noch so ein Eisklotz. Jetzt, wo ich ja weiß, dass man... Das ist so ein... So ein Schüssel. So ein Schüssel bist du. Nix okidoki. Vorsicht. So, jetzt aber. Achtung, Kurve. Huh? Oh, gut. Ja, ich will runter. Gut. Dusch. So. Da gehen wir zum Feuer. So. Da gehen wir zum Feuer. Achso, das geht gar nicht. Oh, das hätte ich vormachen müssen. Das ist halt ungünstig, wenn man doof ist. Äh, ja. 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 Das ist halt ungünstig, wenn man doof ist. Schande. Ja, das klingt logisch. Das ist mir jetzt aber gerade wurscht. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Habe ich das schon... Das habe ich noch nicht auseinander kloppen können, ne? Ist das jetzt für immer verloren? Nein. Nein. Dann gehen wir es halt... Schmelzen im Wasser, aber... Keine Ahnung. So enghäse. So enghäse. So enghäse. Ich will nicht. 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 Ganz tragisch. Wanne. Wir haben doch hier so ein komisches... Puste-Ding. Jetzt flutscht ich das da auch noch weg. Ja, das könnte vielleicht... Könnte vielleicht... Möglicherweise... Weiß nicht. Mal gucken. Nö. Was hätte ich vorher machen müssen? Ist es tatsächlich möglich, dass man bestimmte Kristalle nicht mehr bekommt? Das wäre schade. Oh, ne. Leute. Ich muss mich immer so erschrecken. Oh, ne. Oh, ne. Ich muss mich immer so erschrecken. Wie kriege ich den jetzt da raus? Ich komm. Ich komm. Huh. Das ist vielleicht wieder ein... Ich bin wieder so doof dafür. So langsam wird es frustriert. So langsam wird es frustriert. Das ist schon mal sehr schön. Das wäre beinlich geworden. So, ich soll in die... Oh, klasse! Dafür zieht der mir jetzt Leben ab. Oh, yeah! Okay. Du, 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 du. Du, 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 du. Das ist nicht unbedingt so meine Lieblingsetage, wegen dem ganzen Gras hier. Das finde ich ein bisschen unangenehm. Die Riesenpflanze und das Stockwerk war schon geil. Aber das Gras hier mit den Schlangen, das finde ich nicht so schick. Das ist ein bisschen unangenehm, wenn die da... So, Mietekötze. 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 Achso, ja, die Etage muss ja auch ein bisschen höher sein, ne? Schließlich ist ja... Ist ja hier jede Menge los. Ah, Mietekötze-Fußtappe. Die ist da hoch, aha. What the heck? Oh yeah. Hat die Treppe nicht getroffen? Aha. Mietekötze. 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 Die ist... Hä? Mietekötze. Ah, da ist sie weiter. Warte, ey. Mal aufpassen, dass ich hier runter sch... Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Ah, hier rein. So, mir tut so langsam das Kreuz weh. Ich sitze hier ein bisschen ungünstig. Hä? Aha. Okay. Das ist ja schräg. Ist die jetzt da durch, oder ist die... Hä? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so genau. Nee, Moment, irgendwie. Okay. 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 Ah, damit sie ganz... So. Unter der Bete. Unter der Bete. Wie gehe ich die da jetzt raus? schnell wieder raus! He 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 he. Hey, die denn? Aha. Jetzt sind's aber... hier irgendwo. Vielen Dank. Vielen Dank. Die ganze Einrichtung wieder zerkloppen. Warum warst du eben so bedrückt? Eine Gatze im freiwilligen Badezimmer. Was soll ich... Ah. Hä? Die war doch in dem ganz anderen. Die war doch hier in dem Haufen. Jetzt habe ich gedacht, ich würde sie austricksen, indem ich den ganzen Haufen zum Verstecken wegsauge, bevor ich sie... Aber nö. Die wollte sich nicht foppen lassen. Okay, die ist jetzt da abgehauen. Oh, da kann man ja putt machen. Okay. 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 Ja, das habe ich schon... Wie kriege ich das jetzt hin? Das ist jetzt... Oh, weiter. Okay. 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 Schönen. No. Keine Katze Tappe. Die ist jetzt irgendwie hoch am Fenster. So, ganz da oben ist ja sowas wie ein Balkon, oder wie auch immer man das nennen mag. Sollte die jetzt wirklich da oben irgendwie langgekraxelt sein? Oh, jetzt ja. Äh, hä? Äh, hä? Äh, hä? Was zum Kaya? Äh, hä, hä? Äh, hä, hä? Äh, hä, hä? Äh, hä, 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 hä? Äh, hä? Äh, hä? Äh, hä? Äh, hä, hä? Äh, hä? Äh, da ist ja eine Mitzekatje. Die Mitte ist im Bad. Die Mitte ist im Bad. Die Katze macht komische Geräusche. Die Mitte ist im Bad. Die Mitte ist im Bad. Die Mitte ist im Bad. Da hätte ich das Teil hier treffen müssen, ne? Die Mitte ist im Bad. Das ist aber gemein. Die Mitte ist im Bad. 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 So. Probieren wir mal so ein paar anders. Ah, jetzt. Huh? Hä? Ja, aber hier leuchtet es doch immer noch. Äh, äh, schwingt es immer noch? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso schwingt das Ding jetzt? Oh, okay. So. Man muss sich nicht verstehen. W contexto? W contexto? W contexto? W contexto? W contexto? W contexto? Ja, das ist... Gut hier, raus hier. Und damit war es das. Ich will hier raus. Das ist gruselig, wenn man nicht sieht, wo man hinläuft. Gut, das war es dann halt. Das nächste, was passiert, ist... Hedagenein. Wundervoll. Und Tschüssikowski.